Moin moin und hallo zu unserem ersten Let's Play Together Minecraft. Heute mit Rexin, der auch den Server hier hostet. Hallo. Hallo Bullfar. Hallo Rexin. Ja, also nicht wundern, dass ich hier Bullfar heiße. Mein YouTube-Account ist ja OldBull78, aber das ist ja nicht wirklich viel Unterschied. Ähm, Bullfar war schon vergeben, deswegen hab ich den. Egal. Ähm, ja, wir wollen hier mal ein bisschen gucken, dass wir uns jetzt mal schnell eine kleine Behausung zusammenbasteln. Schnell ist gut. Ja, weil wir sind schon zwei Minuten auf dem Server, oder drei, um erstmal zu gucken, ob das hier alles auch passt. Leider Gottes, deswegen mal schnell hier den Holz abbauen. Leider Gottes, der erste Versuch ist ja kläglich gescheitert in einem Creeper-Massaker. Ja, unsere erste Test-Map, die wir gemacht hatten, die war nicht sonderlich toll und wir haben die Nacht verschlafen, verschwitzt oder was auch immer. Ah, toll war die schon. Äh, der Hügel, der war genial. Ja, es war ein bisschen zu viel sattend. Äh, ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob man hier die, äh, Crossing-Box zu zweit benutzen kann. Man kann alles zu zweit benutzen. Das ist gut. Weil, ich cross hier jetzt nämlich direkt eine, äh, Axt mal. Ja, mach das mal, ich hack hier und ich glaube, das wird gerade schon dunkel. Das ist scheiße, das ist ein ganz großer Mist. Nicht jetzt. Doch. Äh, äh, äh. Wir wollen dann unseren, unseren Leuten hier ein bisschen was bieten. Ja, schon, aber... So bin ich vorhin. Ich hab zumindest schon mal ein Zeppling gefunden. Ja, Zeppling sind ja nicht schwer zu finden. So, dann machen wir doch mal, äh, ja. Erstmal ein paar Stiggis. So, ganz schnell mal Holz abbauen. Ich mach mal erstmal ne Hacke und eine Axt. Weil Hacke wärmer sowieso brauchen. Aber erstmal ein bisschen Holz, dass wir uns hier eine kleine Hütte bauen können. Also, ich seh ja noch nicht, dass es Nacht wird. Ne, ich dachte das. Aber das waren wohl die Blätter, die da oben gerade den, den Himmel verdunkelten. Na dann. Aber trotzdem mal schnell bauen. Ja, dann hack du mal Holz und ich such mal ein paar Steine, dass wir uns in den Ofen machen können. Steine? Wieso Steine? Du hast noch ne... Oh, hast du ne, äh, 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 ja, genau. Ich komm jetzt grad nicht auf das Wort. In den Ofen. Nein. Mann, wie kommt... Wir müssen doch aus Holz, müssen wir uns doch, äh, Fackeln machen. Ach so. Kohle suchst du. Ne, nicht Kohle. Wir können doch aus Holz, äh, den können wir doch brennen. Quasi. Köhlern, wie man dazu früher gesagt hat. Ach so. Können wir Holz machen. Und da brauchen wir ja erst einen Ofen dazu. So, ich hab hier einfach mal... Schweinchen! Schweinchen! Ja, Schweinchen, mach tot. Hab ich schon. Lebt hier nicht lang. Sehr schön. Äh, ja. Ich hab auf jeden Fall erst mal ein bisschen Steinchen. So. Holz habe ich... Fünf? Dass wir alles mit Fackeln basteln können. Ach Quatsch, Mensch. Äh, wie viele Wundplanks habe ich? Äh, 98, da geht aber noch mehr. Ofen. Dann mach ich mir schnell eine Steinspitzhacke. Oh, ich will grad hier den ganz großen Baum am abhexeln. Das hätt ich, glaub ich, nicht machen sollen, ne? Äh, ne, den will ich... Ja, pass dich. Ne, den will ich stehen lassen. Der sieht schön aus. So, und dann hau ich gleich mal hier ein bisschen Wood rein. So, Top-Bäumchen steht wieder. Schön. Dass wir hier ein bisschen Holzkohle kriegen. Äh, du musst quasi oben Baumstämme reinlegen und die dann quasi... Jetzt wird's nacht. Jetzt haben wir ein Problem. Nein. Ah! Ähm, ja. Panik. Nach der letzten Nacht, äh... Ich... Ja, ich zimmer mal schnell hier noch ein paar Wundplanks. Mach mal Wundplanks, ich fang schon mal an mit der Hütte. So. Zumindest so die erste Nachthütte. Verdammt, das ist jetzt ganz großer Mist, als es jetzt schon die Nacht kommt. Das wird immer so sein. Ähm, achso. Ja, jetzt haben wir Symmetrie. Die Symmetrie ist gerade von ganz, ganz, ganz mies. Aber das sollte ja, glaube ich, erst mal egal sein. Na, komm, setz. Ich hab keinen mehr. Ja. Hast du noch welche? Ja, ich kann dir welche geben. Ja, ich... Äh, ja. Ja. Sind 26. Okay. Warte mal, ich mach dann erstmal was Wichtigeres. Weil zwei hoch kommen die sowieso nicht. So. Dann tun wir uns doch mal. Na, na, komm, komm. So. Achso, du hast... Achso, hast du zugemacht. Ja, so. Ich hab ne Tür. Das ist gut. Ich hab noch ne Tür. Wieso hast du zwei? Ja, weil ich dachte, dass wir da ne Doppeltür machen. Achso. Äh, machen wir ne Doppeltür da rein. Ja, jetzt ist egal. Ach, wieso? Also, ich kann auch eben schnell rausreißen. So, dann ziehen wir da mal schnell die Tür hin. Ne, erst wenn die Monster da sind. So. Doppeltür. Paar wund Planks hab ich noch. Also, mal schnell hier so ein kleines Dächlein zaubern. Ups, verdammt. 4, 5 Stück hab ich auch noch. Das wird gleich ganz schön finster hier. Deswegen hab ich ja... Äh, warte mal, hast du noch Stiggis? Wir brauchen noch ein paar Stiggis. Äh, Stiggis hab ich 4 Stück. Ja, dann gib mal. Okay. Weil dann baue ich uns hier mal schnell ein paar Fackeln. Äh, da ist noch Licht. So. Dann lassen wir das erst mal. Achso, düster ist das nicht. Ja, in der Aufnahme dann schon. Ja, gut. Das stimmt auch schon wieder. Also, YouTube ist da ein Schweinehund in der Situation. Juhu, wir haben ein Haus. Ein kleines Haus. Das schönste Haus aller Zeiten. Äh, nicht. Da hinten sind Monster. Hier oben noch keine. Ja, ja. Das kann aber ganz schnell vom Dach springen, so ein Viech. Aber hier seh ich schon einen Fehler. Da haben wir auch was. Und da hinten ist ein Creeper. Und tschüss. So, und was machen wir jetzt? Buddel mal im Boden rum. Nee. Wir können uns so durchgraben. Durchgraben? Können eigentlich mal den ganzen Boden rauszimmern. Ja, stimmt. Wir müssen ja vorbereiten. Äh, ich hab keine Schaufel. Scheiße, egal. Ich auch nicht. Ja, mach ich mal eben zwei. Eben Stickys hier erstellen. Ach, hast du noch ein bisschen Holz, oder was? Ja, ich hab noch Holz. Das ist gut. Äh, so. Ich hab leider das ganze Stein für eine Hacke und für eine Axt verbraucht. Aber an Dings hab ich nicht gedacht. So. Ich schaufel. Das einmal, das einmal, da liegen zwei Schaufeln. Und hier lag gerade eine ganze Ladung Holz rum. Oh, das war von mir dann wahrscheinlich, weil ich es umliegen lassen hab. Jo. Die sehen aus wie Paddel mit dem Textur-Pack. Jo. Ja toll, jetzt brauchen wir sie aber nicht mehr. Ich fang schon mal Boden an, reinzumachen. Ja. Das nächste wird dann sein, Schweine, äh, Schafe zu schlachten, dass wir uns hier ein Bettchen und sowas bauen. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Äh, kannst du mal hier eben das Ding hier raushauen? Das sieht so richtig kacke aus, wenn das in der Luft schwebt. Ja. Ist da noch was drin? Nee. Nicht, dass ich fühlst du. Ich hack jetzt mal weg hier. Genau, ich kann eigentlich mal der Kotelett gefressen. Was willst du? Der Kotelett habe ich gefressen. Glückwunsch. Wieso? Hast du Schaden genommen? Am Anfang. Oh. Ey. Mach mal ganz schnell hier rein. Nee, musst du doch. Du hast da die. Ach so. Ja, trotzdem mach mal Holz da rein. Ich hab keins. Mal Dreck. Oh, verdammt. Warte, dann hacke ich hier das Holz raus. Dann brauchen wir die Tür nicht nochmal rausreißen. Wo hab ich die? Die zweite Tür ist weg. Hast du die? Nö. Oder hab ich die? Aus Versehen eingenommen? Nö, ich hab die nicht. Ich hab nur eine Tür gehabt. Ah, 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 ah. He, 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 he. Hallo. Geh mal weg. Geh mal weg. Provisorisch. Oh. Ja. Also Schlamm hält Monster fern. Wow, Skeletti. Spinne. Spinne, direkt vor der Tür. Ja, ich hab's gesehen. Die ist jetzt auch, glaub ich, obendrauf hier. Ich bin mir grad nicht so sicher. Verdammt, ich hab meinen Timer nicht gestellt. Jo, die ist obendrauf. Jetzt, ja. Warte. So kann man sie töten. Echt? Jo. Die kann ja nicht rein. Vielleicht kriegen wir ja dann schon unseren ersten Bindfaden für den Bogen. Ne? Kann man eben anders hinsetzen. Boah, die halten aber viel aus. Ja. Das sind zwei. Apropos, warte mal. Apropos? Wie kann man eigentlich noch... Eine Holzschwelle könnte ich eigentlich bauen, ne? Äh, wenn du noch Wundenplanks hast? Ich denk, du hast keine mehr. Ach, ne, scheiß. Ich hab... Ach, scheiß, da war die Kiste hier. Die Crofting-Kiste, die ich hatte. Ist immer noch eine oben. Ja, ich muss mal bei mir... Aber der Bogen ist langsam runter. Äh, die OE-Scale. Mach ich mal größer, damit ich da besser erkenne. Boah, da war mir auf Teenie eingestellt. Was? Auf Teenie? Ja, nee, äh, normal, glaub ich. Die gute alte Teenie. Äh, 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 äh. Ich... Ich zimmer aber... Ich brück noch eine Spinne. Ja, ja, ich sag nicht, ja. Es sind zwei gewesen. Die hab ich nur nicht erwischt. Die stand immer nur rum. Jetzt, komm. Mach ich mal dicht so. Hey! Äh, 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 äh. Mein Spielzeug. Da hinten seh ich einen Creeper rumhüpfen. Wird's eigentlich grad wieder hell, ja, ne? Ja, es wird gleich. Ja, gut, dann können wir gleich weiter bauen gehen. Weil noch sieht die Hütte, äh, ja, bescheiden aus. Ja, um vorsichtig auszudrücken. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Die muss auf jeden Fall auch wesentlich größer gemacht werden. Ja, das muss alles hier noch ein bisschen optimiert werden. So, komm. Ein bisschen ist gut. Ja, ich glaub, der Mond geht langsam Richtung Ende. Äh, gucken wir mal, wo der Mond ist. Das machen wir einfach mal hier so. Der Gucker aus der Tür, der ist direkt vor der Tür. Achso. Auf der anderen Seite ist er. Ja, komm, wir mal Lüftlein hier reinmachen. Genau. Na, im Moment. Trink mal einen Schluck. Verdammt. Weg da. Da stand direkt da ins Skelett. Wo, vor der Tür? Ne, hier. Wo ich grad steh. Du sollst ja nicht überall Löcher reinknallen. Oh Mann. Da hinten kommt grad ein Creeper auf uns zu. Direkt vor der Tür. Zwei Creeper seh ich hier durch die Tür. Ich mach mal lieber dicht. Und ein Schwein läuft hier grad vor. Besieg den alten Schweinhund, oder wie? Besieg den Schweinhund in dir. Ja, also ich mach mal hier ein bisschen Kohle. Oder, ne, Fackeln haben wir ja noch. Drei Stück hab ich noch. Ganze drei Fackeln. So, ja, als nächstes ist erstmal dann wirklich hier ein bisschen Holz hacken. Und es wird hell. Ah, schön. Gott sei Dank. Aber erst wenn die Viecher verbrennen, geh mal raus.